Heili hallo wegen den Mozarinen in Anführungszeichen. Ich bin jetzt wieder beim Barbar um eine Verjugungskur machen zu lassen. Ich kann wenigstens innerhalb kürzester Zeit mein Alter um zehn Jahre nach unten schrauben. Das müsste erst mal fertig bringen. Darum lasse ich mir den Bart wachsen. In diesem Haus. So nach gut einer Stunde Reserv mich jetzt fertig wie ihr seht. Zehn Jahre jünger. Der Junge war wirklich fleißig. Und trocken, nass, alles hintereinander. Und wie ihr seht, ihr seht nichts mehr an Hahn. Alles weg. Und das ganze für 180 Bart. Da muss ich natürlich ein wenig Trinkgeld geben. Geht ja gar nicht anders. Okay, okay. In diesem Sinne, da kann ich öfters hin. Ciao, ciao.